Katalog Nummer 11, Special Motion. Ein Paradebeispiel für die oft beschriebene Doppelqualität. Kompakt und geschlossen, nervenstark und abgeklärt, dabei immer bei der Sache. Takt beherrscht im Trab und im Galopp, auch beim Freilaufen, wo er immer kraftvoll auf dem inneren Hinterbein Last aufnahm. Überlegen am Sprung. Immer sicher und souverän, mit Abdruck und Vermögen. Und als erster gekürter Sohn des High Motion passt er natürlich hier auch ideal auf der Mutterseite zu dem Imperio Blut, dem Hengst des Jahres, den wir gestern Abend bewundern durften, auf der Basis der dreifachen Hengstmutter Schwalben Spiel, die Mutter von Songlein, Chavalou und Sansur. Aus Himmelschenburg kommt dieser besonders sportliche Hengst, der ausgezeichnet wird mit dem Sonderehrenpreis des besten Springhengstes dieses Jahres. Ja, meine Damen und Herren, und der Sonderehrenpreis und der Stiftung Trakena 4 ist überreicht von Hubertus Hilgendorf. Aus Himmelschenburg